Ja, scheint so. Hast du mehrere Schirme vor mir? Meinst du Bildschirme? Ja, ich hab zwei, sonst könnte ich den Chat nicht lesen. Wollt ihr? Da ist es. Oh, das verbrätst du dich noch. Oh, das geht schon. Ich bin einfach mal so umgekippt. Ich schade, dass man seine Dosen auch nicht mehr aufwärmen kann. Kann man das nicht mehr? Nee, wenn du dir da reinmach, sonst ist die kaputt. Ach so. Damaged, okay. Da kommt wer, da kommt wer, da fährt, 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 pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Jo, ganz langsam rauskommen. Jetzt hast du sie abgebadert, mann. Warum hast du sie denn einfach erschossen? Jetzt kann man sie nicht mal looten, weil sie da drin sind. Klar kann man die looten. Wie denn? Danke wie. Danke. Man kann die nur looten. Man kann da einsteigen. Toll. Das geht. Wie? Doch, das geht. Ja, wie? Ja, warte. Dann kommt der Loot gefahren. Scheiße. Das muss ja gehen. Man kann ja normalerweise einsteigen und die rausschmeißen, wenn sie tot sind. Ist der überhaupt sicher? Ich glaub der Truck ist kaputt. Die haben den kaputt gemacht. Warte, warte. Da redet noch wer. Äh, wo ist der? Wo ist der? Kein Schimmer. Oh, der eine lebt noch! Jetzt da raus! Der eine ist tot? Ja, er hat nichts. Lass ihn laufen, lass ihn laufen, lass ihn laufen, er hat nichts. Ja, 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 keep cold, keep cold, keep cold, keep cold. Was geht mit denen? Lebt der andere vielleicht auch noch? Ja, wo? Ja, wo? Ja, nein. Keep your gear, keep your gear. Keep it! I don't want it. Can I get up and far, please? Loll, der will auch raus. Der lebt auch noch. Okay, komm out, komm out. Okay, komm out. Okay, komm out. Was hat der überhaupt? Er hat ja nicht mal irgendwas. Wop, you loot, Wop, you loot. Now it's not being able to do with me, you are really... Really quiet, can you speak louder? Wop, you loot, you loot. Yeah, yeah, keep your stuff, keep your stuff. I can see that you seem to have shot me in the head. Heheheheh, das ist nur allein, allein. It's a miracle. Yeah, that's really a miracle. Wop, you loot, you loot. Soll ich die nicht abschliessen? Nein, warum denn? Ja, die waren ja freundlich eigentlich, ne? Ja. Der eine hat ne schöne Maus. Ja, aber willst du die Maus nennen? Nee, willst du die? Nee, und jetzt sind die einfach nie dazu, wenn du keine PvP raus holst. Dann bist du voll lame einfach, ne? Aber warum hat der das überlebt? Du hast das doch gesehen! Ja, Mann! Ihr habt die Beine in den Kopf geschossen! Das war, das war die merkwürdigste Day 7-Begegnung ever! Stehst hier rum, kommt so ein Truck, Peng Peng! 10 Sekunden später steht so, Die waren irgendwie nur ohnmächtig oder so. Ich weiß es nicht! Ey, keine Ahnung. Die wollen uns bestimmt jetzt töten, pass auf, ne? Na, das glaub ich nicht. Ja, was soll er denn machen mit seiner Gammelmose? Wir haben beide Schnellfeuerwaffen, die mähen wir doch einfach über den Haufen. Wir gehen jetzt auf der Straße, wir achten nicht so richtig auf ihn, da schießen wir uns rücken, sind doch. Nee. Die wollten euch überfahren, das kann sein. Ja, ja, deswegen. Ja, Gott, aber die jetzt umzubringen, was hätte uns das weitergebracht, nicht? Gar nichts. Bisschen Loot. Aber das war crazy jetzt, ey. Warum sind die nicht gestorben davon? Ja. Ja. Ja.